Musik Hallo Freunde, grüß euch. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. So, wir machen jetzt einmal Töte Deine Freunde. Ja, du, das wohnt sich, da wer das gedacht hat. Und ja, erfolgreich ist heute dabei, liebe Pläcki. Hallo. Ja, und aus dem Fernsehuniversum, der Onkel und sein Alp. Alp. Warum antwortet der immer so, merkwürdig. Er hat, glaube ich, den Narren gefressen. Ja, und wie sie sei, die Besenkammer Holy Diver. Besenkammer hoch 10, wenn es bitten darf. Ja, Besenkammer 0815 und los geht's. Bin mal gespannt, wie das läuft jetzt hier. Töte Deine Freunde Virus, erst einmal Killer hier. Ob das gut geht. Er ist der Killer, Bob. Bild los. Oh, nee. Wir haben diesesßeカ Iron... Wir haben diesesendrauf. Wir haben diesesstäbliche Würzel unterscheid. Nein, bleib stehen! Bleib stehen! Verbrennungen drücken! Halt die Schnauze! Mist, der hat sich nicht ablenken lassen. Habe ich auch keine Kracher mehr, verdammt! Ist der schon wieder hier, Mann! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Wir haben den Generator fertig gemacht! Scheiße! Umsonst! Der war ja schon fast fertig! Halt die Schnauze! 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 sicher befreien so ein leckige mal gas der holi braucht eine hilfe ich wünsche es würde einmal funktionieren ist einmal dieses roterspringen weist 3 altkönig er war ein der schon wieder unterwegs d ja Ey, Virus. Ja? Hast du Blutdurst? Ich such dich schon. Au. Entschuldigung. Ah! Ah! Boah, was war das denn? Jetzt mach schon Heimikoff, Mensch. Du bist doch fast fertig. Okay, hier oben war einer. Was ist das eigentlich für ein Perk, wo sie sich das Gesicht hält? Kenn ich auch nicht. Ich hab den aber auch drin, das weiß ich nicht, was es ist. Er ist jetzt wieder unten, er war oben, ist jetzt aber wieder unten. Jetzt ist das, das geht jetzt so fix. Ja, ich hab grad einen fertig gemacht. Ja, ich hab auch schon, meinen zweiten fertig gemacht. Ja, sehr schön. Boah, ich such das in der Totem noch. Ja. Ja, ich hab's. Dass das brennt? Ja. Mann. Und doch. Hau ab! Und boom! Hau ab! Hör, get up! Nein! Das gibt's nicht! Komm her, du Drecksache! Komm her, du Drecksache! Und da, wir schlafen! Ii! Ui! Er muss das Scheiß ausfallen. Ui! 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 Hat der aber Schweine! ich kann mich mal zwei mit beiden händen gleichzeitig aus dem fenster winken ich verarschen ja alex was soll ich holen ja damit ich ne weg rutschen kann ich habe gerade keine zeit der ausgang da kommen wir los das ist ja ja guti 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 ok tschüss weg ja bitte spazieren ich will den haken aussuchen ja er ist hässlich das gesicht kann auch nur eine mutter lieben wo ist denn der ausgang noch nicht oft man ja was ist mit dem alp dem stinke gott du feiger lippenkönig geistkiller wo bist du das geht dich gar nichts an willst du dich denn um deinem moped hier nicht kümmern ja blicky hast du das gehört naja ja die kann man auch sich selbst anfassen ja 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 ok sc folk rupees 2004 es 5 Ich hab's schon wieder auf. Scheiße! Blecky! Was? Der ist alt genug. Hahaha! Blecky! Ah... Wo ist dein Tod? Wo ist das denn? Raus! Raus jetzt! Was ist da hier? Da war irgendwo die Klappe. Ja, das ist... Ah! Mann! Das im weitesten Fall ist die Knappe. Tut das eigentlich weh? Virus, bring sie zur Knappe! Was sagst du? Sonst tue ich dich deabonieren, wenn du jetzt sie aufwängst. Opfer! Ja, wer ist hier das Opfer? So! Blecky, dann mal rein in die gute Schuhe! Hä? Hä? Äh, okay, jetzt ist sie einfach durch den Virus rückgeknitscht. Jetzt will ich Killer spielen. Scheiße! Scheiße! Da hab ich Zippenbonus! Ja! Boah! Wird ja mal schlimmer. Boah! So! Ja! Keine Ahnung, wo der jetzt weg kam, aber ich sag da war da war da war da war da! Was? Das war gut, der war gut, der war Null! Das war geil! Jetzt spiel ich meinen Killer, den ich überhaupt nicht spielen kann. Einfach mal scharf vorfahren. Ach ja. Ja, aber das hab ich ja auch schon gemacht. Muss ja nicht immer den spielen. So. Okay, ich hab angenommen, fehlen ja nur noch die restlichen im Bunde. Ja, einen Moment, ich suche es mal aus. Ja, ja. Okay. So. Wollen wir uns mal aufstatten hier. Was nehm ich denn noch mit? Ja, das ist gut. Wollt mich doch mal interessieren, ob es noch ein Perk für das gibt, was ich jetzt gerade habe als Killer. Wo hab ich denn... So. I'm ready. Ja, ich such noch aus. Das sollen wirklich schöne Perks werden. Okay, ich bin ready. Dieter! Dieter Meierwixner! Ja. Ich weiß, dass ich gleich sowieso wieder einer der ersten bin, der am Haken hängt, weil die wollen ja alle Rache. Nö. Diesmal spiel ich ganz fair und schnapp mir jeden, den ich erwischen kann. Hab ich auch gemacht. Verdammt. Was denn? Ich hab dich auch lieb. Komm kuscheln. Was? Was? Außer wenn der Virus jetzt weiter so freck so Blacky ist, dann lasse ich Blacky als ein Signal kommen. Ja, die Tittenbonus, ne? Nicht wegen Tittenbonus, sondern weil die Blacky einfach nett ist. Achso, und ich bin ein Arschloch, oder was? Äh, du kommst auf Platz 3 von meinem... Ja. Ich sag jetzt schon nichts, bevor ich irgendwas falsch sage. Noch zweimal. Oh. Wie sind das? Ihr habt den Kopf gesehen, oder? Memento Mori? Keine Ahnung, was es bedeutet, vielleicht klärst du uns ja auch. Äh, wenn ich euch erwische, kann ich euch sofort umbringen. Das brauchst du auch. Da hab ich mir nicht mal reingemacht, weil sonst wird's langweilig. Ach. Muss ja nicht unbedingt jemanden umbringen, ich kann ja auch an einem Haken hängen. Ja, komm, wenn du dir das schon reinmachst, sagst du schon jemanden im Auge, den du umbringen willst, erzähl mir keinen. Den Virus. Ach ja, jetzt, Ruhe jetzt. Soll ich euch mal... soll ich mal verraten, wer ich bin? Ja, ja, alles klar. Da ich für ungefähr weiß, dass die ganzen Spieler immer am Rand immer starten... ähm... Ja... Ja... Und ich einen schicken Perk habe, dass ich euch sehen kann. Ja, genau. Was? Ich glaube auch einen schicken Perk da richtig sehen kann. Ne, echt? Ja... Ja... Wie gesagt, für den Killer bin ich beschissen hoch 10. Hab bis jetzt noch niemanden mit einer Kettensäge erwischt. Ja... Ich sage... Ja, ich sage... Ich sage... Ich sage... Letztlich auch irgendwie so komisch steuern, finde ich. Wer kuschelt denn da mit mir gerade hier? Und ich hab was schönes, noch was schönes drin, ne? Ja mach ruhig, bleib doch mal kurz da, weil ich hab gehört, dass ich die Balletten sehr schnell zerstören kann. Wie ist es mit mir Ringe-Ringe-Ringe-Ringe-Ringe zu spielen, Alp? Ich bringe deine Eier und deine Eier! Alter ist das beschissen mit der Kettensiegel weiß aber auch jedes Mal wo du rumeierst bei den ganzen Krähen Na wer ist denn da oben Wo hast du jetzt Schweinkopf? Ich bin gut, ne? Ja mittlerweile kann man nicht sagen, dass du nicht wirklich schlecht bist Ich bin immer besser Ganz ehrlich, es hat lange genug gedauert Ich war klar, dass jetzt irgendwas kommt Das frag ich mich jetzt auch gerade Oh, oh Oh vom Himmel, da komme ich her Ich muss sagen, die Blackie, die leidet sehr Am Boden zerstört, da liegt sie nun Dieses kleine Huhn Ja, ist ja gut, man, fricht die ab, ey Na wo ist denn das Stöckchen? Na wo ist denn das Stöckchen? er hat immer eben acht menschen langweilig wenn alle schnell sterben er holt sie jetzt jemanden oder nicht ich stehe doch gar nicht mehr da wickel dich frei wickeli wickele dich frei aber dass mich ja machen wir jetzt hier sehr krank ich ganze zeit hin und her schwanke wickel mal ohne dich zu bewegen weißt du wie es geht einfach nicht weh nicht a und d drücken die ganzen foten blut ist ich könnte jetzt was sagen aber nein ja ja so ist es von münchen bis nach kiel wir trinken wenig aber am ersten mai sehr viel ja alle freunde ich hoffe euch gefällt diese kleine du hast da das virus am haken oder soll ich sagen du hast die gleichen virus eingefangen hä was hallo wie geht das du hast 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 jetzt die Leine, ey. Achso, ich muss dich doch nur ein bisschen kitzeln. Kitzeln, naja. Egal, wer der ganz hinten, so ein bisschen links von meiner Schulter aus, ganz hinten, der irgendwo am Generator kniet. Sollte vielleicht auch mal sein Arsch hier rüber bewegen. Ach, das ist Alp. Ach, verdammt. Verdammt, ich würde noch offen überreden, wenn der Killer bei uns... Boah, scheiße. Yeah. Geh weg. Geh weg. Wieder so ein Arschloch. Lecky, wo bist du? Komm mal zurück. Oh. Ah. Oh, oh. Mutti. Am Haus oder so? Oder am Boot oder was ist das hier? Mann, helft mir doch mal einer. Ihr seid mir Nasenbären. Ja, warte, wenn du nur dich am Generator vergibst da und sonst nicht mal irgendwie... Und dafür tötet er mich. Was für ein Wichser ist das denn, ey? Ja, bleib mal hier stehen, ganz ruhig. Alles gut. Ganz ruhig. Okay, der Ausgang ist es nicht. Ja, kommt. Freil mich mal. Wow! Krieg! Die guckt noch zu. Ich wollte mich frei, Mann. Ach, das... Aber nicht, wenn Holy dabei ist. Hm. Das ist ja der Bono. Hast jetzt einen ganz schön Schreckbekommen, der Virus, war? Ach, Quatsch. Obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass du mich auch kriegen willst. Aber ich hab mich gut gehalten. Hihi. So. Jetzt ist Alp dran, wa? Ja. Da hab ich schon den ganzen Tag drauf gewartet. So, Leute, aber wie ihr das sehen wollt, dann könnt ihr euch das in der nächsten Folge angucken. Ich würd's sagen, bis dahin. Ciao mit... Au. Ciao. Ciao. Tschö, tschö.